Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. So am I still waiting For this world to stop hating Can't find a good reason Can't find hope to believe in ...tappern ihn aus und locken den Rest aus dem Lager. Dann gleichen wir uns durch die Hintertür. Das nennst du leicht bewacht? Das sind Fälsche. Welcome, steht er. Boah. Leicht bewacht, ey. Ja, ihr seid gut. Es wird laut in drei, zwei, eins. Was abwerfen? Hä? Was? Granate oder was? Zack. Abwerfen. Ich wusste gar nicht, was der meint. Wo kommt der her? Ach, da oben. Wunderbar mit ihm. Kollegen. Sind schon mit tot. Ne, das kann nicht sein. Von, ne, von da kann keiner kommen. Da ist zu. Das ist schon mal von Vorteil. Oh, ne, keine Wachtung. Ich bin noch keiner auf der Straße. Jetzt könnten wir den Goliath hier gut brauchen. Wir müssen das Ding plantieren und ein Ort finden, der höher liegt. Wir müssen das Ding plantieren und ein Ort finden, der höher liegt. Ne, war, war keiner drin. Ein Ort finden, der höher liegt. Muss ich das jetzt machen, oder was? Wir müssen drumherum. Boah, der lebt ja noch, ey. Oh, fuck. So, hab ich den getroffen? Ist der tot schon? Ah, jetzt ist er weg. Boah. Wo kommt der denn her? Oh, ich hatte schon wieder keine Munition. Oh, Leute. Was ist das für ein Spiel? Du hast ja nie Munition. Wir sind fast da. Das Arbeitslager ist am Ende der nächsten Straße. Was ist der Plan? Das Eingangstour sollte nur leicht bewacht sein. Das nennst du leicht bewacht? Wir machen etwas Kraft, schalten ein paar von ihnen aus und locken den Rest aus dem Lager. Dann schleichen wir uns durch die Hintertür. So, geh Tür, äh, geh zu Tür. Ich hasse das, wenn man die Munition hat. Drei, zwei, jetzt abwerfen! Als der jetzt gesagt, als der Abwerf gesagt hat, ist die Granate schon hochgegangen. So. Wachtürme, in Deckung! Ach, hier ist der Kollege. Ah, hier könnte ich mir gleich Munition holen, wenn sie leer ist. Was schreien die hier? Boah, der hat geleckt. Ah, scheiße, jetzt wollte ich das Auto durchschießen. So. Boah, der da schon wieder. Wir müssen das Ding flankieren und einen Ort finden, der höher liegt. Einen Ort finden, der höher liegt. Ja, dann gehen wir einfach da oben rein, oder? Den Enden können wir ja rein. Wir müssen es flankieren! Meilige Scheiße! Ah, hier, 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 hier. Der muss doch eine Waffe dabei haben, der Idiot da. Ah, hat er auch, okay. Wir müssen drumherum! Äh, okay, dann springen wir mal schnell auf die andere Seite. Woah! Hoffentlich greift uns jetzt grad keiner an. Ne, gut. Boah! Wir müssen drumherum! Wir müssen drumherum! Alter, Falter, was war das denn? Ich hab schon wieder keine Munition. Also, äh, ich kann jetzt nicht nachladen, Quart. Aber ich hab immer gegen das dumme Auto hier geschossen. Wir müssen das Ding flankieren und einen Ort finden, der höher liegt. Ja, Alter, halt mal den Maul und helf! Zack! Wo ist das Ding überhaupt? Jakobs hier hinten! Wo? Ach, da hinten? Ah, da oben ist ja ein Ziel! Ha! Äh, die sind gut, ey. Ich hab das gar nicht gesehen, dass hier oben so ein Ziel-Kompass ist. Hier lang! Da ist ne Gasse hinter dem Haus! Scheiße! Weg, weg, weg! Schnell, 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 schnell! Hier lang! Da ist ne Gasse hinter dem Haus! So, okay. Jetzt haben wir das endlich geschafft. So, gut. Jetzt wo ich weiß, dass wir hier so ein Kompass haben, wird das in nächster Zeit wahrscheinlich besser werden mit meinem Orientierungsproblem hier. Wenig Munition, das kennen wir, das haben wir ja immer. Ähm, das Coole ist, also eigentlich ist es doof, aber in diesem Fall ist es ganz praktisch, dass die nicht durch Holz durchschießen können. Die Gegner. Das ist zwar total unlogisch und nervt auch, aber, ähm, immerhin können, konnten die uns jetzt grad nicht abschießen. Komm Munition, gib mir Munition, Leute! Und taust die Treppe hoch! Wir können von oben zuschlagen! Und taust die Treppe hoch, okay, machen wir. Zerstören. Das werden wir gleich tun. Hab ich vier Granaten? Ich hab vier Granaten. So, und das sollte jetzt eigentlich gehen. Oh, Scheiß. Bäm! Weg ist das Ding. So, und wieder runter, jetzt seh ich nix. Jetzt haben wir Ihre Aufmerksamkeit! Zum Versorgungstunnel! Wir müssen verschwinden, ehe Sie mobil machen! Okay, machen wir. So, jetzt verwende ich mal wieder Munition. Oder, naja, so viel haben wir eigentlich gar nicht. 75, das hatten wir immer. Aber naja. Oh, cool! Das hab ich aber nicht gesehen. Und rein da! Auf geht's, Leute! So! Und hepp! Was ist das denn? Hallo? Was war das? Bist du scheiße? Hä? Da stand eh zum Springen, das hab ich gemacht. Und dann fliegt der da rum. So, weiter! Jetzt würde der Plan funktionieren. Sie schicken ein Interventionsteam. Ich hasse diesen Ort. Die Leute hier drin waren mal Ärzte und Anwälte. Jetzt arbeiten sie in den Schieferminen. Als ich das letzte Mal hier war, hab ich meinen Zahnarzt gesehen. Der Weg sollte jetzt zwei sein. Danke, du hässlicher. Ja, so. Aber das nervt, dass wir hier erst hochklettern können, wenn die anderen schon irgendwie sind. Lassen wir die Gewehre hier. Wir müssen unaufwendig sein. Was? Du willst mich? Lassen wir die Gewehre hier. Behaltet eure Pistolen. Je schneller wir Arni finden, desto schneller können wir verschwinden. Okay, verteilen und hört euch um. Was ist das denn jetzt? Geben wir einfach mal die Pistolen ab. Ja, kein Ding. Warte, wir reden direkt mal mit ihm hier. Der macht ja Fotos. Sind wir auch dabei? Ne, man erkennt sowieso nichts. Ich suche einen Typen namens Arni. Scheiße. Arni ist hinten. Über die Straße. Über das Gerüst. So, okay. Arni ist irgendwo da hinten. Über die Straße. Über das Gerüst. Die Kondensatoren müssen erst abgelötet werden. Schlimm genug, dass ich die für meine Essensrationen zusammenkratzen muss. Tut mir leid. Ich wollte nur helfen. Die Leute sind alle nicht gut gelaunt. Aber ehrlich gesagt kann ich das verstehen. Wir kommen hier mal wieder nicht weiter. Ich will da hinten zu den Kollegen. Ah, geht nicht. Ach doch, vielleicht können wir hier. Das sieht doch wie ein Weg aus, oder? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Schaut ihr das nach Erholung aus? Ne, ehrlich gesagt nicht. Da, die bauen noch ihr Haus zusammen. Oh Gott, oh Gott. Ich bin nochmal mit dem. Wir haben das. Naja, die Leute hier sind nicht mehr alle so super fit. Ich bin Amerikaner. Ich bin in Auckland geboren. Oh, scheiße. Ist mir scheißegal, wo du herkommst. Du und deine Leute machen nur Ärger. Geh weiter, verschwinde. Was willst du denn? Willst du uns umbringen? Sie beobachten uns. Wohl die Knarre raus. Der verdammte Kerl ist nicht zu fassen. Verschwinde. Ich will nicht mit dem Schlagen. Ey, komm her. Na ja, daneben nicht. Hey, hey Mister. Haben Sie was zu essen? Ich habe solchen Hunger. Bitte. Ich habe sein Teil nicht mehr gegessen. Nehme alles, was Sie haben. Bitte. Ich habe kein Essen. Jetzt verzieh dich. Alter Scheiße. Alter, ohne Witz. Das Elendort, was hier sieht, ey. Ich suche einen Typ namens Arnie. Na und? Nie von ihm gehört. Alter. Schluss mit dem Schein. Zeig ihm das. Sag ihm, Boone schickt uns. Hey, komm her. Bleib locker. Wo ist Boone? Und wer ist der Neue? Ein neuer Plan. Kannst du uns noch in das Depot bringen? Ja, weißt du, die Verwaltungsgebäude. Nein, nein. Es muss da sein, wo sie die Busse haben. Die Peilsender müssen in der Nähe sein. Ja, ja, ich bringe euch rein. Aber ihr müsst in der Nähe bleiben und tun, was ich sage. Folgt mir. Ja, ich bringe euch rein.